1, 2, 3, 4. Es gibt noch viele normale Challenges und dann gibt es hier die Cupcake, Fastball, Fever und Golden Freddy Challenges, wo dann alle an sind und dann alle immer stärker werden. Und das wird AIDS as fuck. Deshalb machen wir erstmal weiter mit Knight of Misfits, wo wir die kleinen Mizzets bekommen. Wir kriegen Balloon Boy auf 20, heißt Foxy wird einfach so aktiv. Mangle auf 20, also für mich jetzt kein Problem, ich muss eigentlich dann nur die ganze Zeit nach links gucken, weil Mangle höre ich ja, wenn sie da ist. Und Golden Freddy, ja der sitzt da halt einfach manchmal und ist manchmal in der Hall, also muss ich einfach nur gucken, ob da hinten Foxy oder Golden Freddy ist. Ja, wenn Golden Freddy ist, nehme ich den ganzen anderen, ich hätte mich gefickt, ja. Versuchen wir es mal. Knight of Mizzets. Ach komm, irgendwie sind das doch alle drei irgendwelche Besitz. Ist irgendwie so, keine Ahnung. Aber ich muss wirklich nicht nach rechts gucken, weil ich höre ja im Mangle. Was war das denn gerade, Alter, wie delayed das mal wieder war, du. Oh hi. Jetzt kommt da mal, voll oft. Habt ihr den gesehen in der Mitte? Da war Gold. Freddy! Da war Foxy, was ist los bei mir? Ich glaub, Foxy wird eigentlich nur einfach nur automatisch wegen Balloon Boy aktiv. Also aktiviert, was auch immer, ja. Ich glaub, es sieht wirklich an einem Balloon Boy, dass er aktiviert wird. Wenn ich jetzt alle Nächte auf einmal im First Strike schaffe, ne? Ich bin dabei, Bruder. Ich hab voll viele Aufnahmen jetzt. Ich mein, ich hab jetzt voll viele Folgen schon, ne? Ich mach jede Challenge in einer Folge. Alter, Junge, wie oft kommt der denn? Ist er weg? Oh, fuck. Das meine ich. Wenn wir den ganzen Zeit anflasht, dann bist du gefickt, du. Ich geh weg. Super. Was meinst du mit Flutkinder? Egal. Achso, ich merk's gerade. Golden Freddy ist nur auf 10 und der ist schon so aktiv auf 10? Alter, wie er auf 20 wird. Warum ist er hier auf 10 und die auf 20? Diesen beiden sind auf 20. Der ist auf 10 und Foxy ist auf, weiß ich nicht, 5 oder 1. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, soweit ich weiß, ist Foxy nur da, damit Balloon Boy auch einen Sinn hat, zu existieren. Oh, fuck. Ist weg. Weißt du, Golden Freddy kommt einfach sofort an, Junge. Was ist los bei ihm? Okay, ist weg. Ey, mich fuckt das am meisten ab, wenn er einfach hinten im Haul ist. Dann war es sich, bin ich immer so, fuck, was mache ich hier jetzt, weißt du? Soll ich meine FaceTime eigentlich weg bewegen oder passt das noch so? Ist das nur so noch okay? Was meint ihr? Wenn ich ihn anflasche, während er bei mir sitzt, bin ich instant tot. Das juckt dann das Spiel nicht mehr. Also erst mal Mütze, äh, erst mal Maske und dann flashen. Ganz wichtig, Leute. Weil sonst flasht ihr Golden Freddy und dann, joa, dann seid ihr, der war von ihm geflasht. Das wollt ihr natürlich nicht, ne? Ihr wollt ja als Golden Freddy nicht in Unterhosen sehen, die nicht mal, oder? Also ich würde es nicht wollen. Ein Mängel. Eine Morgens. Und der Sinn der Spiele ist warten, bis man rausgeschmissen wird. Ja, man spielt fünf Nächte, also zumindest ist das der Story-Mode, sag ich mal. Man spielt die fünf Nächte und dann gibt es eine Bonus-Nacht für die Hardcore-Boys. Wenn die das schaffen, dann kriegen die Hardcore-Boys noch mehr in ihren Arsch geschoben. Nennen sich dann Custom-Night, da können sie nochmal ihr komplettes Nicht-Leben unter Beweis stellen, weißt du? Das mach ich gerade. Ich zeig dem Spiel gerade, wie wenig Leben ich habe. Hi Golden Freddy, ist er nicht da? Okay. Da hab ich wirklich schon gefragt. Wo war das denn, Bruder? Hab dich vergrößt. Zwei Jahre morgens. Hi Mängel. Zwei Jahre morgens. Ahhhh! oh mangel hängt da ab jetzt denke ich warum die reihe noch mal gleich durch ich hab's gar nicht verstanden, was du beschrieben hast mangel, piss dich mal bitte bitte hat ja lang gedauert, mangel, was ist bei dir? darfst du jetzt mit deinem husband chillen, ne? ja, ich muss ganz verstehen okay, jetzt check ich warum die reise hellisch beliebt ist wieso denn? was glaubst du denn? oh fuck, jetzt ob meine flashback batterie nur noch einen balken hat wtf alles klar Junge, ich sag euch, meine batterie wird noch leer gehen bevor der batonboy sie schnappt das kann ich jetzt gut schaffen ich will jetzt auch gern schaffen bevor am besten bevor meine äh batterie kaputt ist oder leer ist wahrscheinlich eher leer, ne? he das ging ja schnell mangel sehr sozial von dir so hi ballonboy oh das war gleich meine batterie meine batterie ist einfach gar kein balken mehr die wirklich anfangen zu flashen die batterie leiste und dann wird sie einfach leer gehen noch flasht sie nicht noch ist sie einfach nur so ohne balken weißt du jetzt flasht sie jetzt muss ich konzentrieren was sie noch schaffen will ein small flasher ich muss Und mein Flasher ist fast leer, es ist so gut wie leer eigentlich Oh Junge, wenn ich jetzt sterbe Yeah, oh man, wie so ein Will-Sitz So, was haben wir dafür bekommen? Was haben wir dafür bekommen? Was für einen großartigen Preis haben wir dafür bekommen? Wir haben, ja, ich warte Einfach nein Okay, ich muss zugeben, war sehr schön wie die Süße wie